Silowagen gehören neben Taschenwagen zum Transport von LKW-Trailern seit Jahrzehnten zum gewohnten Bild auf den Schienen Europas. Der Vorteil der Wagen besteht in der einfachen Beladung bzw. Entladung. Den Silowagen der Bauart UACNS mit der Bedruckungsvariante der französischen Armeva Holding hat NME, die Nürnberger Modelleisenbahnen GmbH, als Epoche 6 Modell aufs N-Gleis gestellt. Das NME Modell besticht durch eine trennscharfe Bedruckung und Lackierung. Viele Details wie die korrekt nachgebildeten Auslastrichter, die Bremserbühne mit Rangiergriffe, Handbremsräder, Einfülldeckel auf dem Dach, Entleerungsgestänge sowie die Nachbildung realistischer Seilanker vervollständigen den exzellenten Gesamteindruck dieses N-Modells. Absolutes Highlight sind die fein nachgebildeten Laufbleche auf Bremserbühne und Kessel einschließlich Aufstiegsleiter mit Sicherung gegen unbefugtes Betreten des Kessels. Der Silowagen hat eine Kurzkupplungsaufnahme nach NEM 355 und Kurzkupplungskinematik. Mit dem Silowagen UACNS in verschiedenen Bedruckungsvarianten stellt NME dem ambitionierten Modellbahner ein modernes Fahrzeug der Epoche 6 aufs N-Gleis. Ganz Züge, gebildet aus attraktiven Silowagen von NME sind der Hingucker auf ihrer Anlage. Dieser Silowagen UACNS wird unter der Bestellnummer 203 617 bei Xtrain24 angeboten.